Musik Es ist die Königskinder-Crew Wir spannen hier gerade ein bisschen in der Sauna aus nach einem harten Arbeitstag Wir haben den ganzen Tag trainiert Trainiert Und zwar für ein verrücktes Projekt, das sich 88 Stunden nennt Das größte sportliche Ereignis des Jahres Der Musikmarathon Von 05.08.00 Uhr morgens bis 08.08.00 Uhr Abends 88 Stunden Musik 88 Stunden im Studio abhängen, 88 Stunden so viel Musik machen wie möglich 88 Stunden so wenig schlafen wie irgendwie möglich ist Und das Beste ist alles was in den 88 Stunden passiert musikalisch Gibt's dann am 08.08.00 Uhr abends Sonntag zu laden Saugestil Wir haben verschiedene Gäste da, über die wir jetzt noch nichts verraten können Es gibt zwei Assistentinnen, die werden uns den ganzen Tag mit der Kamera begleiten und mehrmals täglich Videos online stellen Man kann's live verfolgen, die ganze Zeit, rund um die Uhr, wie wir schwer am Schuften sind Auf unserer Facebook-Seite Auf unserer Internetseite www.königshender-crew.de Auf einem Blog, der heißt www.bugaloo.com Auch auf Twitter Schau's dir an, zieh's dir rein, gib es dir Genieße es, zelebriere es, feiere es Erzähl es deinem Kumpel, erzähl es deinem Kumpad Und verlinke es, verlinke es Bugaloo Entertainment Willst du auch was dazu sagen? Ja, freu ich mich drauf Ja, freu ich mich drauf Ja, freu ich mich drauf